so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute wird's böse es gibt nämlich die blutgrätsche von nordlichtfeuerwerk eine neuheit für dieses jahr glaube ich zumindest nagelt mich nicht fest wir haben ja oft das schöne gerät 128 gramm ist lustig denn nordlichtfeuerwerk wird von funke produziert und wird für postenhandel nord vertrieben das ist wie zu einer kleine funke batterie der effekt ist hier so korolla beiden mit glaube ich rot blinkern wenn ich mich nicht irre aber dafür gibt es ja das video deswegen kommen wir uns jetzt mal an ich bleibe bei der blutgrätsche von funke also von nordlicht hier oben ist die hauptanzündung ich bin sehr gespannt das ist funke die kleinen teile das war ja fast die goldstroke aber geiles teil mosquitos sind immer so 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 Bis zum nächsten Mal.